Letztes Heimspiel 2015. Und wie immer an dieser Stelle schauen wir uns mal unsere Mannschaftsaufstellung an. Und da haben wir wie immer mit der Rücke Nummer 1, Schwabio! Mit der Nummer 4, Feli! Rücke Nummer 5, Artin! Rücke Nummer 7, Marshall! Mit der Nummer 9, Josu! Rücke Nummer 10, Emil! Mit der Nummer 13, Stefan! Rücke Nummer 23, Marcel! Mit der Nummer 24, Dominik! Rücke Nummer 27, Demi! Mit der Nummer 39, Georg! Rücke! Unser Trainer heißt Reis! Artin! Und jetzt gibt mir ein R! Gibt mir ein B! Gibt mir ein E! Wer gewinnt heute? Fertig? Fertig! Reis! Fertig! Fertig!